Willkommen zu einem neuen Video auf Family Fun. Ich habe meine Haare gemacht, aber ich bin noch nicht mal geschminkt, gar nichts. Ich habe mich angezogen und heute ist ja Silvester. Es ist eigentlich ein ganz normaler Tag, sage ich immer, aber morgen eine neue Zahl, ein neues Jahr. Ich wünsche euch jetzt schon mal, dass das neue Jahr Glück, Gesundheit und vor allem Frieden auf der ganzen Welt bringt. Das ist mir viel, viel wichtiger, dass alle auf der Welt friedlich leben können, nicht hungern müssen, keine Kriege mehr passieren. Also das ist mein größter Wunsch und ich bin wirklich wunschlos glücklich. Ich habe dieses Jahr, wie ihr wisst, sehr viel erlebt. Es sind Sachen passiert, die ich niemals vorhergesehen hätte und gesagt hätte, das könnte uns auch passieren, aber es ist passiert. Deswegen will ich im neuen Jahr oder fürs neue Jahr keine großen Vorsätze machen und sagen, das will ich erreichen, das will ich erreichen, das muss passieren. Nein, es kommt wirklich im Leben alles, wie es kommen soll. Ich sage euch eins, ich glaube an das Schicksal und wenn das Schicksal uns irgendwo geschrieben ist im Leben, dass das passieren soll, dann passiert das auch. Ich will nur positiv denken, einfach positiv denken. Ich möchte einfach gesund bleiben mit meiner Familie, mit meinen Kindern, mit meinen Eltern und mit meiner Verwandtschaft. Das ist das Allerwichtigste. Ich habe, Milley, mach da irgendwas noch mit ihrem Handy. Wir müssen jetzt los. Milley, gehen wir. Nikolaus, Nikolaus, durch, 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 durch. Uh, Nikolaus, er geht mit einem Nikolaus. Nikolaus, dann. Back, back. Bu, Siliha. Bu, Hamza. Bu, Furkan. Dieses Jahr gibt es keinen Böller. Das ist vom letzten Jahr noch. Wir haben auch keine gekauft. Wir haben dieses Jahr uns überlegt. Hahaha, der ist gut. EWET. Lauter kleine Sachen, oder? Sonst gar nichts. Oh, schau. Oh, schau, schau, schau. Ohne? Wunderkerzen. Ohne Bier. Wunder, ja. Ja, Wunderkerzen gehen noch. Geht ab nur noch. Bisschen was vom letzten Jahr. Ich grüße Lea, Amma und Tauland aus Erstem Park. Wow. Grüße gehen raus hier vom Furkan. Unser Silvesteressen. Hier ist Gemüse. Hier ist Hähnchen. Hier gibt es noch ein bisschen Bratkartoffeln. Und hier unten haben wir noch so Baguette, Kräuterbaguette im Backofen. Wir haben hier Trauben mitgebracht von zu Hause. Wenn man das mitternachts, also um zwölf Uhr, unterm Tisch isst, bringt das Glück. Die wollten mich erschrecken, gell? Ja. Vom Balkon. Ja. Da. Und Hatice hat es mir verraten. Jetzt können sie mich nicht erschrecken. Ah! Nein! Mille! Geh auf, du nicht hier. Warte! Mit Nerven auf. Nein! Doch, no. Nein! Oh, jetzt geht er kampflos. Geh auf! Los, Herr! Ha, 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 ha! Anne, du bist Cinderella. Du musst die Auslöge, Hete. Wie schaut du da? So! Nein, du bist die Cinderella. Nein, nein. Oh, mein Gott! Helps, du bist die Cinderella. Nein, babybarn. Nein, babybarn. Nein, babybarn. I think you never bought a string, 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 string is a popular bag on your knees, a popular bag on your knees, a popular bag on your knees. Ja, hat sie auch gesagt, dass es mehr gab. Deswegen kriegt sie nichts mehr, das gehört jetzt alles uns. Es ist ja alles mit Wasabi. Ah, ha, ha, ha! Ist das mit Wasabi? Wasabi im Buch gelangt. Nein, nein. Ich esse hier Wasabi, das ist mir ja egal. So, also, ich weiß nicht, wer was isst. Anne, andersrum, andersrum, falsch. Andersrum? Ja, ist rum. Okay. Also, wenn wir anfangen, dann... Ich? Ich fang du an, okay? Bin ich eine Junge? Nein. Nein. Bin ich ein Mädchen? Bin ich berühmt? Ja. Bin ich ein Mann? Ja. Bin ich berühmt? Nein. Nein, nein, berühmt ist was anderes. Nein. Die Runde habe ich auf jeden Fall gewonnen. Ich habe es als erstes erraten und dann hat Hatice und dann Lütfü, Milei und als letztes. Milei hat doch auch lange gebraucht. Milei hat für eine Katze... Ohhhh. Ohhhh. Ich weiß nicht. Nichts. Ja. 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 Ja, ja. Ne, wer sagen wir? Erzählen, glücklich sein! An, zu der Fertischung! Kamera! Komm mal, drüben! Hallo! Was ist das? Was ist das? Filmen, ok. Fertig, wie viel? Eins, zwei, drei, vier, fünf, vier. Cool! Nein! Schmerzen! 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 Oh, super! Weiter, weiter, weiter. Jetzt wissen wir, was es ist. Ich weiß, was es ist. Ja, machen wir weiter. Egal, die Box weg. Aber wehtun! Verbrennen! Lava! Verbrennen! Verbrennen! Egal, mach weiter! Was ist das? Ja, verbrennen, ja? Rasieren! Ja! Ja, kann man sagen. Aber wir haben ja fast schon eine Tipp in die Geschichte. Was ist das? Was ist das? Aufwärten! Aus und Schmerzen! Aus und Schmerzen! Ja! Ja! Hä? Tausend! 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 Schmerzen! Was denn? Egal, weiter! Fisch! Fisch! Team Frauenpower! 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 Aber wir haben gewonnen! Aber huuuu! Pssst! Ich bin doch mal ein bisschen schwörf und kurz, leider. Ja! Fisch! 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 Drei Minuten noch. Und dann ist es 2024, wir haben keine Böller gekauft dieses Jahr, nur die Reste von Furkan vom letzten Jahr, ein paar Stück. Aber, hier sind Nachbarn, die haben was und da wird ja auch geschossen hier, man hört's ja schon! Und das werde ich jetzt für euch festhalten hier ein bisschen mit der Kamera. der erste erste 2024 noch mal ein gutes neues jahr an alle wir haben bis halb zehn oder zehn geschlafen weil man auch sehr spät zwei zwei war es glaube ich nachts ins bett gegangen sind und jetzt gibt es hier erst mal frühstück ich bin noch im schlafanzug in meinem kuscheligen schlafanzug hat hat ich das haare gestylt war sehr schön und denkt ihr auch dass hatte ich mir ähnlich sieht schreibt mal in die kommentare ich liebe das wenn ich kein blog und ich einfach filmen wie sie es machen da brauche ich ja gar nichts zu machen im neuen jahr erst der tag gibt es essen salat ofen kartoffeln hähnchen mit saurcreme und hier haben noch auf juli die kinder sind nach hause und ich gönn mir noch ein dickmanns hier und dann heißt es für mich heute auch zurückziehen irgendwie kaputt weil wir gestern um zwei ins bett sind ich bin um neun oder im lesum zwölf aufgestanden aber trotzdem kaputt jetzt muss ich bisschen chillen und mich ausruhen silas der schreit immer nach essen obwohl er keinen hunger hat immer nach essen schreien oder keine ahnung nach hause schreit manchmal schreit auch grundlos so das war's mit unserem video und das silvester dieses jahr wie letztes jahr bei meinem neffen war sehr schön so in der familie ins neue jahr zu rutschen und ich hoffe dass 2024 noch schöner als 2023 also danke fürs zuschauen abonnieren blog aktiviert und bis zum nächsten mal tschüss die haare fliegen bis zum nächsten mal tschüss die haare fliegen